Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu den Flatex Morning News. Die positive Stimmung an den Märkten hat auch am Donnerstag angehalten. Der DAX baute die Gewinne vom Vortag aus und schloss bei 11.849 Punkten, ein Plus von 0,36 Prozent. Wie geht es heute weiter für den DAX? Aus dieser Frage gehen wir jetzt nach. Wir blicken direkt nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Johanna Klar. Schönen guten Morgen, Johanna. Was dürfen wir uns denn heute jetzt vom letzten Handelstag der Woche vom DAX erwarten? Schönen guten Morgen, Marco. Nicht mehr die ganz großen Sprünge und das, obwohl wir gute Vorgaben haben, beispielsweise auch aus den USA. Da hatten wir ja gestern gesehen, dass sich der Dow Jones auf hohem Niveau stabilisiert hat, hat sogar die Marke von 20.100 Punkten geknackt und es ist nach wie vor Trump, der eben hier als Konjunkturhoffnung die Märkte beeinflusst. Aber auch die Quartalsberichtssaison, die läuft ja auf Hochtouren in den USA. Zum Handelsende stand dann beim Dow ein Plus von 0,2 Prozent. 20.101 Punkt. Und in Asien, da haben wir zumindest Vorgaben aus Japan. Der Nikkei konnte hier schon den dritten Tag in Folge positiv den Handel beenden. Heute mit einem Plus von 0,3 Prozent. Aus China haben wir keine Vorgaben, denn dort wird das Frühlingsfest, das Neujahrsfest gefeiert und da bleiben die Börsen dann geschlossen. Gerade schon gehört, der DAX hat gestern eben weiterhin den Vorwärtsgang eingelegt bis knapp ran an die Marke von 11.900 Punkten und dann ging den Anlegern ein kleines bisschen die Puste aus. Das heißt, diese Marke konnten wir nicht knacken, aber nach wie vor sehen wir hier ein sehr, sehr hohes Niveau. Natürlich befeuert durch die jüngst wieder aufgeflammte Trump-Rallye und die ersten Berechnungen für heute ergeben ein hauchdünnes Minus von 0,1 Prozent beim Deutschen Leitindex also noch kein Grund zur Klage. Vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Dann schauen wir mal auf die Charttechnik beim DAX. Aus charttechnischer Perspektive, da haben die Bullen auf der Oberseite weiterhin Ziele bis 11.920, sowie dann in der Folge bis auf 12.000 Punkte im Auge. Auf der Unterseite, da verbleiben dagegen Ziele bis 11.600 Punkte im Visier. Jetzt schauen wir wie gewohnt auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wir hätten zunächst ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den DAX. Die WKN lautet MF0BVL. Und dann noch ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat ebenfalls auf den DAX, die WKN MF0BVM. Ein Blick noch auf die Termine des Tages. Um 9 Uhr findet der Capital Markets Day von SMA Solar statt. Um 10 Uhr dann die Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Um 14 Uhr gibt es aus den USA Daten zum BIP vom vierten Quartal. Um 14.30 Uhr dann ebenfalls aus den USA die Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den Dezember. Und um 16 Uhr dann noch die Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Januar. Den FlatX Morning Newsletter können Sie abonnieren, falls Sie dies noch nicht getan haben. Gehen Sie einfach auf flattex.de slash service slash newsletter. Dort können Sie sich anmelden und dann bekommen Sie ihn montags bis freitags um 8.30 Uhr zugeschickt und eine aktualisierte Version des Newsletters gibt es dann immer um 10.30 Uhr. Und wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische mit den FlatX Morning News. Bis dahin ein schönes Wochenende.